Germanien in seiner Gesamtheit wird von den Galliern und Rätern sowie den Pannoniern durch die Flüsse, Rhein und Donau, von den Sarmaten und Dakern durch gegenseitige Furcht oder Gebirge abgegrenzt. Die übrigen Gebiete umgibt der Ozean, der weite Ausbuchtungen und sehr große Inseln umfasst, wobei erst jüngst einige Völkerschaften und Könige bekannt geworden sind, die der Krieg erschloss. Der Rhein, der auf einem unzugänglichen, abschüssigen Gipfel der Rädischen Alpen entspringt, wendet sich in einem leichten Bogen nach Westen und vermischt sich dann mit dem nördlichen Ozean. Die Donau, die sich aus einem sanft und nur allmählich ansteigenden Bergrücken des Schwarzwalds ergießt, besucht mehrere Völker, bevor sie sich ihren Weg in sechs Flussbetten ins Schwarzen Meer hinausbricht. Ein siebter Mündungsarm wird von Sümpfen aufgesogen. Die Germanen selbst sind, so glaube ich jedenfalls, Ureinwohner und in keiner Weise durch Einwanderung oder gastliche Aufnahme mit fremden Völkern vermischt. Denn nicht zu Lande, sondern auf Flotten zogen in alter Zeit die Menschen heran, die neue Siedlungsgebiete gewinnen wollten. Und der unermessliche, weit hinausreichende und sozusagen auf der anderen Seite der Erde liegende Ozean wird nur selten von unseren Breiten aus mit Schiffen angesteuert. Wer würde ferner, ganz abgesehen von der Gefahr, die das schauderhafte, unbekannte Meer bietet, Kleinasien oder Afrika oder Italien verlassen, um nach Germanien zu ziehen mit seinen hässlichen Landschaften, dem rauen Klima, dem trostlosen Äußeren, es sei denn, es ist seine Heimat. Sie preisen in alten Liedern der einzigen Art geschichtlicher Überlieferung, die es bei ihnen gibt, Tuisto, ein der Erde entsprossenen Gott. Ihm schreiben sie einen Sohn Manus als Ursprung und Gründer ihres Volkes, dem Manus wiederum drei Söhne zu, nach deren Namen sich die dem Ozean am nächsten Wohnenden ingewohnen, die in der Mitte Herminonen, die übrigen Istewohnen nennen. Einige behaupten, wie das die weit zurückliegende Zeit an Unsicherheit mit sich bringt, der Gott habe mehr Nachkommen gehabt und deshalb gebe es mehr Benennungen für das Volk, nämlich Marsa, Gambrivia, Sweben, Vandilia, und das seien die echten alten Namen. Die Bezeichnung Germanien dagegen sei jüngeren Ursprungs und dem Land vor nicht langer Zeit gegeben worden, da die ersten, die über den Rhein gesetzt seien, Gallier vertrieben hätten und anschließend Germanen genannt worden seien. Bei ihnen sei, berichtet man, auch Herkules gewesen, und sie besingen ihn als den größten aller Helden, wenn sie in die Schlacht ziehen. Sie kennen auch Lieder der Art, dass sie sich durch ihr Absingen den sogenannten Baritus Mut machen und sie deuten den Ausgang des bevorstehenden Kampfes allein schon nach dem Klang. Sie rufen nämlich Schrecken hervor oder empfinden ihn selbst, je nachdem der Gesang des Heeres ertönte. Angestrebt wird nämlich vor allem ein rauer Ton und ein stoßweises Dröhnen. Man hält dazu die Schilde vor den Mund, damit die Stimme durch den Widerhall voller und dumpfer anschwillt. Manche glauben aber, auch Ulixes sei auf seiner berühmten, langen und sagenhaften Irrfahrt in diesem Teil des Ozeans verschlagen worden und habe Germaniens Länder besucht. Asiburgium, das am Ufer des Rheins gelegen, auch heute noch bewohnt ist, sei von ihm gegründet und benannt worden. Ja, sogar ein Altar, der von Ulixes geweiht worden sei, wobei er auch den Namen seines Vaters Laertes hinzugesetzt habe, sei an eben dem Ort vor langer Zeit gefunden worden. Und einige Denkmäler und Grabhügel, die Inschriften in griechischen Buchstaben trügen, gäbe es heute noch im Grenzgebiet zwischen Germanien und Räzien. Diese Erzählungen beabsichtige ich weder durch Begründungen zu bestätigen noch zu widerlegen. Ein jeder mag seiner Überzeugung folgen und sie für falsch oder für wahr halten. Ich selbst schließe mich der Meinung derjenigen an, die glauben, Germaniens Völkerschaften seien nicht durch Heiraten mit anderen Völkern zum Schlechten hin beeinflusst und seien deshalb ein eigener, reiner und nur sich selbst ähnlicher Menschenschlag geworden. Daher haben sie auch, soweit das bei einer so großen Zahl von Menschen möglich ist, alle dieselben körperlichen Merkmale, trotzig blickende blaue Augen, rötlich-blondes Haar und große Körper, die nur zu einem kurzen Ansturm taugen. In Arbeit und Anstrengungen zeigen sie nicht die gleiche Ausdauer. Am wenigsten aber können sie Durst und Hitze ertragen. Kälte und Hunger dagegen auszuhalten, sind sie durch Klima und Bodenbeschaffenheit gewöhnt. Das Land ist, wenn es auch in seinem Aussehen beträchtliche Unterschiede aufweist, insgesamt aber doch entweder durch seine Wälder grauenerregend oder durch seine Sümpfe grässlich, feuchter, wo es nach Gallien, windiger, wo es nach Noricum und Pannonien hinschaut. Getreide bringt es hervor, Obstbäume jedoch erträgt es nicht. An Vieh ist es reich, aber dieses ist sehr oft kleinwüchsig. Nicht einmal das Großvieh weist das ihm sonst eigene stattliche Aussehen oder einen besonderen Stirnschmuck auf. Nur über seine Anzahl freuen sich die Germanen, und Vieh ist bei ihnen der einzige und liebste Reichtum. Was Silber und Gold betrifft, so bin ich mir im Zweifel, ob es ihnen die Götter aus Gnade oder im Zorn vorenthalten haben. Dennoch möchte ich nicht behaupten, dass keine Ader Germaniens Silber oder Gold führt. Wer hat denn schon danach gesucht? Durch seinen Besitz und Gebrauch lassen sie sich nicht besonders beeindrucken. Man kann bei ihnen silberne Gefäße, die ihre gesandten und führenden Männer als Geschenke erhalten haben, mit der gleichen Geringschätzung behandelt sehen, wie ihr denn es geschiehe. Indes haben die uns am nächsten siedelnden Stämme wegen des Handelsverkehrs Gold und Silber zu schätzen gelernt. Sie nehmen auch bestimmte Sorten unseres Geldes an und sind dabei sogar wählerisch. Die Stämme im Inneren des Landes tauschen auf die einfachere und ursprünglichere Art immer noch Waren. Von Geld halten sie nur das Alte und ihnen seit langem Vertraute für gut, die Seraten und Begaten. Auf Silber sind sie mehr aus als auf Gold, nicht weil sie davon innerlich irgendwie berührt wären, sondern weil Silbermünzen leichter zu verwenden sind für Leute, die nur alltägliche, billige Ware kaufen. Nicht einmal Eisen gibt es bei ihnen reichlich, wie man aus der Art der Bewaffnung schließen kann. Nur selten verwenden sie Schwerter oder größere Lanzen, Speere oder in ihrem Sprachgebrauch Framen, führen sie mit einer schmalen, kurzen Eisenspitze, die aber so scharf und leicht zu handhaben ist, dass sie dieselbe Waffe, je nachdem es die Lage erfordert, im Nah- oder im Fernkampf einsetzen können. Sogar die Reiterei beschränkt sich auf Schild und Frame. Das Fußvolk verschießt dazu auch leichte Wurfspeere, und zwar jeder mehrere. Sie schleudern sie ungeheuer weit und sind dabei nackt oder mit einem kurzen Umhang bekleidet. In ihrer Ausrüstung gibt es keinen Prunk. Nur die Schilde heben sie durch Bemalung mit besonders ausgewählten Farben hervor. Wenige verfügen über Riemenpanzer, allenfalls der eine oder andere über einen Helm aus Metall oder Leder. Die Pferde fallen weder durch Körperbau noch durch Schnelligkeit auf. Sie werden auch nicht, wie es bei uns üblich ist, dazu abgerichtet, verschiedene Wendungen auszuführen. Geradeaus oder in einer Schwenkung nach rechts lenkt man sie, wobei die Kreisbewegung so geschlossen ist, dass keiner zurückbleibt. Insgesamt betrachtet liegt ihre Stärke mehr beim Fußvolk. Daher kämpfen sie auch in gemischten Verbänden. Dabei ist die Schnelligkeit der Fußtruppen der Kampfesweise der Reiter genau angepasst. Deshalb wählen sie diese Fußtruppen auch aus der gesamten Jungmannschaft aus und stellen sie vor der Front auf. Auch ihre Anzahl ist festgelegt. Aus jedem Gau sind es 100. Sie heißen bei ihren Landsleuten auch so. Und was zuerst eine Zahl war, ist nun zu einer Ehrenbezeichnung geworden. Die Front wird in der Schlacht von Keilen gebildet. Seien Posten zu verlassen, vorausgesetzt man stellt sich wieder, halten sie eher für taktisches Geschick als für ein Zeichen der Angst. Ihre Gefallenen bergen sie sogar in Gefechten mit zweifelhaften Ausgang. Den Schild wegzuwerfen gilt als größte Schande. Und ein auf diese Weise entehrter darf weder an religiösen Zeremonien teilnehmen, noch die Volksversammlung besuchen. Und schon viele, die den Krieg so überlebten, haben ihrer Schande mit dem Strick ein Ende gemacht. Könige wählen sie aufgrund ihrer adeligen Abstammung, Heerführer aufgrund ihrer Tapferkeit. Aber auch die Könige verfügen über keine unumschränkte, willkürliche Macht. Und die leitende Stellung der Heerführer beruht mehr auf Vorbild als auf Befehlsgewalt. Und, falls sie wagemutig sind, sicher vortun und vor der Front kämpfen, auf Bewunderung. Im Übrigen ist jemanden hinzurichten, in Fesseln zu legen oder auch nur zu schlagen, lediglich den Priestern erlaubt. Das geschieht demnach gleichsam nicht zur Strafe oder auf Befehl des Heerführers, sondern so, als ob der Gott es aufgetragen habe, der ihrem Glauben nach den Kriegern beisteht. Daher holen sie auch bestimmte Abbilder und Zeichen aus ihren Hainen und nehmen sie mit in die Schlacht. Der hervorragendste Ansporn zu tapferem Verhalten ist aber die Tatsache, dass nicht der Zufall oder eine willkürliche Zusammenballung die Reiterschwadronen oder die keilförmige Abteilung des Fußvolks bildet, sondern Familienmitglieder und Verwandte. Dazu halten sich ihre Angehörigen ganz in der Nähe auf. Von dort können sie das Schreien der Frauen hören, von dort der Kleinkinder wimmern. Das sind für einen jeden die heiligsten Zeugen, das die größten Lobredner. Zu den Müttern, zu den Ehefrauen tragen sie ihre Wunden und diese scheuen sich nicht, die Hiebe zu zählen und zu untersuchen und sie versorgen die Kämpfer mit Speisen und mahnenden Worten. Es ist überliefert, dass manche Heere, die schon wankten und wichen, von den Frauen wieder zum Stehen gebracht wurden durch inständige Bitten, durch das Entgegenstrecken der Brüste und durch den Hinweis auf die unmittelbar bevorstehende Gefangenschaft. Diese fürchten sie als etwas weit Unerträglicheres, wenn sie ihre Frauen trifft, und zwar derart, dass sie Stimme wirksamer gebunden fühlen, denen man als Geiseln auch vornehmem Mädchen zu stellen befiehlt. Sie glauben sogar, irgendetwas Heiliges und Seherisches wohne den Frauen inne. Und deshalb weisen sie weder ihre Ratschläge zurück, noch übergehen sie ihre Bescheide. Wir haben es ja erlebt, dass unter dem göttlichen Vespasian Veleda lange Zeit von sehr vielen für ein göttliches Wesen gehalten wurde. Aber auch schon früher haben sie Albruna und mehrere andere Frauen verehrt, nicht aus Schmeichelei und auch nicht so, als ob sie aus ihnen Göttinnen machen wollten. Von den Göttern verehren sie am höchsten den Merkur. Ihm an bestimmten Tagen sogar Menschenopfer darzubringen, halten sie für eine religiöse Pflicht. Herkules und Mars dagegen versuchen sie mit erlaubten Tieropfern gnädig zu stimmen. Ein Teil der Sueben opfert auch der Isis. Was der Grund dafür ist und woher der fremdländische Kult kommt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, außer, dass das Symbol der Göttin, das in der Art einer Liburner Barke gestaltet ist, darauf hinweist, dass die Religion über das Meer gekommen ist. Im Übrigen halten sie es mit der Erhabenheit der Himmlischen für unvereinbar, Götter in Wände einzuschließen und sie irgendwie menschenähnlich darzustellen. Nur Lichtungen und Heine weihen sie ihnen. Und mit Götternamen benennen sie jenes geheimnisvolle Wesen, das sie einzig in religiöser Ehrfurcht schauen. Vorzeichen und Losorakel beachten sie wie kein zweites Volk. Das Verfahren beim Losen ist einfach. Einen von einem fruchttragenden Baum abgeschnittenen Zweig zerteilen sie in Stäbchen. Kennzeichnen diese mit bestimmten Zeichen und schütten sie, ganz wie der Zufall es will, auf ein weißes Tuch. Dann betet bei einer öffentlichen Befragung der Priester des Stammes, bei einer privaten, der Familienvater selbst zu den Göttern, hebt mit zum Himmel erhobenen Blick dreimal ein Stäbchen auf und deutet es nach dem zuvor eingeritzten Zeichen. Sind sie ungünstig, findet zum gleichen Anliegen am gleichen Tag keine Befragung mehr statt. Fallen sie aber günstig aus, dann holt man noch die Bestätigung durch Vorzeichen ein. Natürlich ist das uns vertraute Verfahren auch hier bekannt, Stimmen und Flug der Vögel zu befragen. Eine Eigenheit des Volkes ist es dagegen, auch Weissagungen und Prophezeiungen von Pferden zu beachten. Auf öffentliche Kosten werden diese in den bereits erwähnten Hainen und Lichtungen gehalten, und zwar Schimmel, die nie mit Arbeit für Sterbliche in Berührung gekommen sind. Wenn man sie an einen heiligen Wagen geschirrt hat, gehen der Priester und der König oder der erste Mann des Stammes neben ihnen her und achten auf ihr Wehren und Schnauben. Keinem anderen Vorzeichen schenkt man größeres Vertrauen, und zwar nicht nur beim einfachen Volk, sondern auch bei den Vornehmen und bei den Priestern. Sich selbst nämlich halten diese für Diener der Götter, die Pferde jedoch für Mitwisser. Es gibt auch ein anderes Verfahren bei der Beobachtung von Vorzeichen, durch das sie den Ausgang wichtiger Kriege zu ermitteln versuchen. Von dem Volk, mit dem sie Krieg führen, lassen sie einen Gefangenen, den sie irgendwie aufgegriffen haben, mit einem ausgesuchten Angehörigen des eigenen Stammes kämpfen, jeden in der heimischen Bewaffnung. Der Sieg des einen oder des anderen wird als Vorentscheidung angesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Über weniger wichtige Angelegenheiten entscheiden die führenden Männer, über die bedeutenden alle, jedoch so, dass auch die Fragen, über die das Volk befindet, von den führenden Männern vorbehandelt werden. Sie versammeln sich, wenn nicht etwas ganz Unvorhersehbares eintritt, an festgesetzten Tagen, nämlich bei Neu- oder Vollmond. Denn für Unternehmungen sehen sie das als den Zeitpunkt an, der am meisten Glück verheißt. Sie rechnen auch nicht nach Tagen wie wir, sondern nach Nächten. So setzen sie Fristen an, so treffen sie Vereinbarungen. Die Nacht geht nach ihrer Meinung dem Tag voran. Das jedoch ist ein Fehler, der ihrem Hang zur Ungebundenheit entspringt. Dass sie nicht gleichzeitig und wir auf Befehl zusammenkommen, sondern dass ein zweiter und sogar ein dritter Tag durch das Zögern der Teilnehmer verloren geht. Sobald es der Menge gefällt, lassen sie sich in jeder, und das in Waffen. Schweigen wird durch Priester geboten, die dann auch das Recht zu strafen haben. Anschließend hört man dem König oder dem führenden Mann zu, je nach dem Alter, der vornehmen Abkunft, dem Kriegsruhm, der Redegabe des Einzelnen. Dabei kommt es mehr auf die Überzeugungskraft als auf die Befehlsbefugnis an. Missfällt Ihnen ein Antrag, weisen Sie ihn durch Murren zurück. Gefällt ja Ihnen aber, schlagen Sie die Fram aneinander. Denn die ehrenvollste Art der Zustimmung ist das Lob mit den Waffen. Man kann bei der Volksversammlung auch eine Anklage einbringen und ein Verfahren auf Leben und Tod anstrengen. Die Unterschiede in den Strafen richten sich nach dem Verbrechen. Verräter und Überläufer hängt man an Bäumen auf. Feiglinge, Kriegsscheue und Männer, die ihren Körper entehrt haben, versenkt man dagegen im sumpfigen Moor und wirft Reisig darüber. Die verschiedenen Hinrichtungsarten zielen darauf ab, dass man Verbrechen beim Strafvollzug zu Schaustellen, Schandtaten aber verbergen muss. Doch auch für leichtere Vergehen ist die Strafe angepasst. Mit einer Anzahl Pferde und Vieh werden Überführte bestraft. Ein Teil der Buße ist dem König oder der Gemeinschaft, der anderen dem Geschädigten selbst oder seinen Verwandten zu zahlen. Gewählt werden bei diesen Versammlungen auch die führenden Männer, die ihnen Gauen und Dörfern rechts sprechen. Jeden unterstützen 100 Beisitzer aus dem Volke, als Ratgeber und gleichzeitig zur Bekräftigung seiner Autorität. Allen Geschäften öffentlicher und privater Natur aber gehen sie in Waffen nach. Waffen zu tragen ist jedoch für keinen üblich, bevor ihn die Gemeinschaft als waffenfähig anerkannt hat. Dann schmücken den jungen Mann in der Volksversammlung entweder einer der führenden Männer oder der Vater oder Verwandte mit Schild und Frame. Das entspricht bei ihnen der Toga. Das ist das erste Ehrenzeichen der Mannbarkeit. Vor dieser Zeremonie scheinen sie ein Teil der Familie, anschließend einer des Staates zu sein. Eine besonders hohe Abkunft oder große Verdienste der Ahnen sichern die Wertschätzung durch einen führenden Mann sogar schon ganz jungen Leuten. Sie werden in die Schar der stärkeren und schon länger erprobten Gefolgsleute aufgenommen und es bedeutet keine Schande, unter Gefolgsleuten gesehen zu werden. Ja, sogar Rangstufen kennt die Gefolgschaft, je nach der Einschätzung dessen, den man sich angeschlossen hat. Und groß ist sowohl der Ehrgeiz unter den Gefolgsleuten darin, wer bei seinem Herrn den ersten Platz einnimmt, als auch unter den Gefolgsherren, wer die meisten und tatkräftigsten Gefolgsleute hat. Das bedeutet Ansehen, das Macht. Stets von einer großen Schar auserlesener junger Männer umgeben zu sein. Im Frieden eine Zirde, im Krieg ein Schutz. Nicht nur beim eigenen Stamm, sondern auch bei den benachbarten Völkern erwirbt sich ein jeder Name und Ruhm, wenn er durch die Anzahl und Tapferkeit seiner Gefolgsleute herausragt. Aufgesucht werden sie nämlich von Gesandtschaften und ausgezeichnet mit Geschenken und sie verhindern oft allein schon durch ihren Ruf Kriege. Wenn es zur Schlacht kommt, ist es für den Gefolgsherren eine Schande, sich an Tapferkeit übertreffen zu lassen. Eine Schande für das Gefolge ist der Tapferkeit des Herrn nicht gleich zu tun. Aber Schimpf und Schande für das ganze Leben bedeutet es, seinen Gefolgsherren zu überleben und so aus der Schlacht zurückzukehren. Ihn zu verteidigen und zu schützen. Sogar die eigenen Heldentaten seinem Ruhm zuzurechnen, ist der vornehmste Fahneid. Die Herren kämpfen für den Sieg, die Gefolgschaft für den Herrn. Wenn der Stamm, in dem sie geboren wurden, in langer Friedens- und Ruhezeit träge wird, dann suchen viele vornehme junge Leute von sich aus die Völker auf, die gerade irgendeinen Krieg führen. Denn einerseits ist dem Menschen Schlag Ruhe unangenehm und leichter werden sie in gefährlichen Situationen berühmt. Auch wird man ein großes Gefolge nur mit Gewalttaten und Krieg zusammenhalten. Sie verlangen nämlich von der Freigebigkeit ihres Herrn das ihnen zustehende Streitroß, die ihnen zustehende blutige, siegbringende Frahme. Denn festliche Gelage und wenn auch einfache, so doch reichliche Zuwendungen treten an die Stelle des Soldes. Die Mittel für die Freigebigkeit werden durch Kriege und Raubzüge erworben. Die Erde zu pflügen oder die Ernte eines Jahres abzuwarten, wird man sie nicht so leicht überzeugen können, wie den Feind herauszufordern und sich Wunden zu verdienen. Ja, als faul und träge gilt es sogar, mit Schweiß erwerben zu wollen, was man mit Blut gewinnen kann. Wenn sie nicht in den Krieg ziehen, verbringen sie nicht viel Zeit mit der Jagd, mehr mit Nichtstun, dem Schlafen und Essen ergeben. Gerade die tapfersten und größten Krieger tun gar nichts, wobei die Sorge um Haus, Herd und Äcker den Frauen, den älteren Leuten und den schwächsten Mitgliedern eines Haushalts übertragen ist. Sie selbst aber sind träge aus einem sonderbaren Widerspruch in ihrem Wesen heraus, da dieselben Menschen so sehr das Nichtstun lieben und die Ruhe des Friedens hassen. Bei den Stämmen ist es Sitte, aus eigenem Antrieb und Einzelm den führenden Männern etwas vom Vieh oder den Feldfrüchten abzugeben, das als Ehrengabe angenommen wird, aber auch zur Bestreitung des Lebensunterhalts dient. Sie freuen sich vor allem über Geschenke der Nachbarstämme, die nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch im Namen einer Gemeinschaft übersandt werden. Ausgesuchte Pferde, prächtige Waffen, Brustschmuck und Halsringe, auch Geld anzunehmen, haben wir sie schon gelehrt. Dass die Völker Sein Haus umgibt an jeder mit einer freien Fläche, sei es als Schutz gegen die Gefahren einer Feuersbrunst oder weil sie nicht besser zu bauen verstehen. Nicht einmal Mauer oder Ziegelsteine sind bei ihnen im Gebrauch. Sie verwenden für alles nur unbehauenes Bauholz, das nicht schön anzusehen ist und das Auge auch nicht erfreut. Manche Räume bestreichen sie recht sorgfältig mit einer derart hellen und glänzenden Erde, dass es wie Wandmalereien und farbige Striche aussieht. Sie heben oft auch unterirdische Höhlen aus und bedecken sie mit viel Mist, als Zufluchtsort im Winter und als Aufbewahrungsräume für die Feldfrüchte, da derartige Gruben die strenge Wirkung des Frostes abschwächen. Und wenn einmal ein Feind kommt, verwüstet er nur, was offen da liegt. Verstecktes und Vergrabenes aber wird entweder nicht bemerkt oder es entgeht eben deshalb der Aufmerksamkeit, weil man erst danach suchen müsste. Als Bedeckung dient allen ein Mantel, der durch eine Fibel oder wenn es sie nicht gibt, durch einen Dorn zusammengehalten wird. Sonst sind sie unbedeckt und verbringen deshalb ganze Tage am Herdfeuer. Die Wohlhabendsten unterscheiden sich von den übrigen durch ein Kleidungsstück, das aber nicht wallend herabfällt, wie bei den Sarmaten und Partern, sondern eng anliegt und die einzelnen Gliedmaßen erkennen lässt. Sie tragen auch Fälle wilder Tiere, die dem Rhein- und Donauufer am nächsten siedelnden Stämme, ohne auf ihre Auswahl besondere Mühe zu verwenden, die weiter im Inneren des Landes wohnenden, stellen daran jedoch höhere Ansprüche, wie eben Leute, die sich nicht durch Handelsware herausputzen können. Sie suchen stattdessen wilde Tiere aus und sprengeln die abgezogenen Häute mit Fellflecken von Ungeheuern, die der Ozean in seinen äußersten Teilen oder das unbekannte Meer hervorbringen. Die Frauen kommen nicht anders als die Männer daher, außer, dass sich die Frauen öfters in leinende Umhänge hüllen, die sie mit purpuroter Farbe verschieden färben. Das Oberteil ihres Gewandes lassen sie nicht in Ärmel auslaufen, sodass der ganze Arm unbedeckt ist, aber sogar der anschließende Teil der Brust bleibt frei. Trotzdem hält man dort die Ehen sehr streng ein und keinen Bereich ihrer Sitten sollte man mehr loben, denn fast als einzige unter den Barbaren geben sie sich mit einer Frau zufrieden. Mit Ausnahme ganz weniger, die sich jedoch nicht aus Sinnlichkeit zu verhalten, sondern wegen ihrer vornehmen Herkunft mehrfach mit Heiratsangeboten umworben werden. Die Mitgift bringt nicht die Frau dem Manne, sondern der Mann der Frau. Mit anwesend sind Eltern und Verwandte und prüfen die Gaben. Gaben, die nicht im Hinblick darauf ausgesucht sind, dass sie Frauen gefallen und dass sich die Neuvermehlte damit schmücken kann, sondern Rinder, ein gezäumtes Pferd und ein Schild mit Frame und Schwert. Auf diese Gaben hin wird die Frau in die Ehe genommen und als Gegengeschenk bringt sie ihrerseits dem Mann irgendeine Waffe. Das halten sie für das festeste Band, für eine geheime Weihe und für den Segen der Ehegötter. Damit die Frau nicht glaubt, sie habe mit den Gedanken an mannhafte Bewährung und mit den Wechselfällen des Krieges nicht zu tun, wird sie schon durch die Zeremonien gleich zu Beginn der Ehe darauf hingewiesen, dass sie als Gefährtin in Mühen und Gefahren kommt, dass sie das Gleiche im Frieden und im Krieg ertragen und wagen wird. Das zeigen das Ochsengespann, das zum Kampf gerüstete Pferd und die überreichten Waffen. So müsse sie leben, so sterben. Sie nehme Gaben entgegen, die sie ihren Kindern unversehrt und in ihrem Wert nicht geschmälert weitergeben müsse, die ihre Schwiegertöchter empfangen und wiederum auf die Enkel übertragen müssten. Also leben sie in wohlbehüteter Keuschheit, durch keine lüsternen Schauspiele und keine aufreizenden Gelage verführt. Die Möglichkeit, geheime Wünsche Briefen anzuvertrauen, kennen Männer genauso wenig wie Frauen. Deshalb kommt ein Ehebruch. Obwohl es sich um ein solch zahlreiches Volk handelt, nur gar selten vor. Die Strafe dafür folgt auch dem Fuße und ist den Ehemännern anheimgestellt. Der Mann schert ihr das Haar kurz, entblößt sie, treibt sie so vor den Augen der Verwandten aus dem Haus und prügelt sie durch das ganze Dorf. Für die der Öffentlichkeit preisgegebene Keuschheit gibt es nämlich keine Verzeihung. Nicht durch Schönheit, nicht durch Jugend, nicht durch Reichtum wird sie jemals wieder einen Mann finden. Niemand lacht dort nämlich über sittliche Verfehlungen und verführen und sich verführen lassen nennt man nicht einfach zeitgemäßes Verhalten. Noch besser steht es für wahr um die Stämme, in denen nur Jungfrauen heiraten dürfen und die Hoffnungen und Wünsche der Frau nur einmal in Erfüllung gehen. So bekommen sie einen Mann, wie sie auch nur einen Leib und ein Leben haben, damit kein Gedanke darüber hinausgeht, damit ihr Verlangen nicht länger dauert, damit sie nicht gleichsam den Mann, sondern die Ehe lieben. Die Zahl der Kinder zu beschränken oder ein nachgeborenes Kind zu töten gilt als Schandtat und mehr vermögen dort gute Sitten als anderswo gute Gesetze. In jedem Haus wachsen sie nackt und schmutzig zu diesen Gliedmaßen, zu diesen Gestalten heran, über die wir nur staunen können. Die eigene Mutter stillt jedes Kind selbst und man vertraut es nicht Mägden oder Ammen an. Herren- und Sklavenkind kann man durch keine Verzerrtlung in der Erziehung unterscheiden. Unter dem gleichen Vieh, auf dem gleichen Boden wachsen sie auf, bis das Alter die Freigeborenen absondert und die Tapferkeit sie als die ihren erweist. Spät kommen die jungen Männer mit der Liebe in Berührung und deshalb ist ihre Manneskraft noch nicht erschöpft. Aber auch mit den jungen Mädchen beeilt man sich nicht. Sie verfügen daher über dieselbe jugendliche Frische, über einen ähnlich hohen Wuchs. Einander ebenbürtig und in voller Blüte stehend vereinigen sie sich und die Stärke der Eltern spiegelt sich in den Kindern wieder. Die Söhne der Schwestern nehmen bei ihrem Onkel den gleichen Rang ein wie beim Vater. Einige halten diese Blutsbande sogar für heiliger und enger und verlangen bei der Stellung von Geisel mit mehr Nachdruck Schwestersöhne. Gleichsam, als ob sie dadurch die Gesinnung fester und die Sippe in größerem Umfang binden könnten. Erben und Rechtsnachfolger sind dennoch für ein Jeden nur die eigenen Kinder. Ein Testament gibt es nicht. Wenn einer keine Kinder hat, dann bilden die nächste Stufe im Besitzrecht Brüder und Onkel väterlicher und mütterlicherseits. Je mehr Verwandte einer hat, je größer die Zahl der Verschwägerten ist, desto angenehmer ist das Alter. Kinderlosigkeit bringt keinen Vorteil. Mit übernehmen muss man ebenso die Feindschaften des Vaters oder eines Verwandten wie die Freundschaften. Die Streitigkeiten dauern aber nicht ohne die Möglichkeit zur Versöhnung an. Es wird nämlich sogar ein Totschlag durch eine festgesetzte Zahl von Groß- und Kleinvieh gesühnt und die Buße empfängt die ganze Sippe zum Nutzen für die Gemeinschaft, da Auseinandersetzungen bei der herrschenden Ungebundenheit umso gefährlicher sind. Der Geselligkeit und Gastlichkeit frönt kein anderes Volk ausgiebiger. Irgendein Sterblichen von seinem Haus abzuweisen gilt als Freveltat. Ein jeder nimmt ihn mit einem Festmahl auf, das dem Vermögen des Gastgebers entsprechend zugerichtet ist. Nach beendetem Mahl wird derjenige, der eben noch Gastgeber war, zum Wegweiser zu einer neuen Unterkunft und zum Begleiter dorthin. Das nächste Haus suchen sie auf, ohne eingeladen zu sein. Darauf kommt es auch nicht an. Mit gleicher Freundlichkeit werden sie aufgenommen. Zwischen einem Bekannten und einem Unbekannten macht man, soweit es auf das Gastrecht ankommt, keinen Unterschied. Wenn der Gast beim Aufbruch um ein Geschenk bittet, gesteht man ihm es dem Brauch entsprechend zu. Und umgekehrt bittet auch der Gastgeber mit der gleichen Unbekümmertheit. Sie freuen sich über Geschenke, rechnen aber diejenigen, die sie machen, nicht auf und fühlen sich durch die Empfangenen nicht verpflichtet. Die tägliche Kost ist unter Gastfreunden Gemeingut. Sogleich nach dem Schlaf, den sie oft bis in den Tag hinein ausdehnen, baden sie, öfters mit warmen Wasser, da ja bei ihnen die meiste Zeit Winter herrscht. Nach dem Bad nehmen sie eine Mahlzeit ein. Jeder hat seinen eigenen Sitzplatz und jeder seinen Tisch. Dann gehen sie ihren Geschäften nach und begeben sich nicht weniger oft zu gelagen und das in Waffen. Tag und Nacht durchzuzechen ist für keinen eine Schande. Häufig sind, wie bei Betrunkenen üblich, Streitereien. Sie werden selten mit Beschimpfungen, öfters mit Totschlag und Verwundungen ausgetragen. Aber auch über die Wiederversöhnung von Feinden, das Knüpfen verwandtschaftlicher Bande und die Wahl von Gefolgsherren, schließlich über Krieg und Frieden beraten sie meistens bei Gelagen, so als ob man zu keiner Zeit für aufrichtige Gedankengänge aufgeschlossener wäre oder sich mehr für Wichtige erwärmen könnte. Der weder hinterlistige noch durchtriebene Menschenschlag gibt dann seine geheimsten Empfindungen bei der ausgelassenen Stimmung preis. Also liegen die Gedanken alle aufgedeckt und unverhüllt offen. Am nächsten Tag bespricht man sich nochmals und die Entscheidung für beide Zeitpunkte ist vernünftig. Sie beraten, während sie sich nicht zu verstellen wissen und beschließen, wenn sie sich nicht irren können. Als Getränk dient ihnen ein Saft aus Gerste oder Weizen, der zu einem weinähnlichen Gebräu vergoren ist. Die dem Rhein- und Donauufer am nächsten wohnenden Stämme kaufen auch Wein. Die Speisen sind einfach, wildwachsendes Obst, frisches Wild oder gronnene Milch. Ohne besondere Zubereitung, ohne Gewürze vertreiben sie den Hunger. Durst gegenüber zeigen sie nicht die gleiche Mäßigung. Wenn man ihrem Hang zum Trinken entgegenkommt, indem man ihn hinstellt, so viel sie wollen, wird man sie nicht weniger leicht durch diesen Fehler als mit Waffen besiegen. An Schauspielen kennen sie nur eine Art. Sie ist bei jeder festlichen Zusammenkunft die gleiche. Nackt werfen sich junge Männer, für die das ein Zeitvertreib ist, im Sprung zwischen Schwerter und drohende Framen. Die Übung hat Kunstfertigkeit hervorgebracht, die Kunstfertigkeit Anmut. Sie tun das aber nicht um Geldes- oder Lohneswillen. Der Lohn für das noch so kühne, ausgelassene Spiel ist nur die Freude der Zuschauer. Das Würfelspiel betreiben sie sonderbarerweise nüchtern, wie eine ernste Angelegenheit, und zwar mit einer derartigen Leichtfertigkeit bei Gewinn und Verlust, dass sie, wenn sie alles verloren haben, mit dem allerletzten Wurf Freiheit und Leben aufs Spiel setzen. Der Verlierer geht freiwillig in die Knechtschaft, mag ja auch jünger, mag ja auch stärker sein, er lässt sich in Fesseln legen und verkaufen. Derart groß ist ihr Starrsinn an der falschen Stelle. Sie selbst nennen ihn Wort halten. Solche Sklaven verkaufen sie weiter, um auch sich von der Schande eines solchen Gewinns zu befreien. Im Übrigen setzen sie Sklaven nicht wie wir ein, wo die Aufgaben unter dem Gesinde verteilt sind. Ein jeder leitet sein eigenes Anwesen, seinen eigenen Hausstand. Ein Maß Getreide oder Vieh oder Stoff erlegt ihm der Herr wie einem Pächter auf. Und der Sklave muss nur insoweit gehorchen. Die übrigen Arbeiten im Haus führen Frau und Kinder aus. Ein Sklaven zu prügeln und mit Gefängnis und Zwangsarbeit zu bestrafen, kommt nur selten vor. Gewöhnlich schlägt man ihn tot. Nicht um strenger Zuchtwillen, sondern in einem Anfall des Jäzrons wie ein persönlichen Feind, nur ist es straffrei. Freigelassene stehen nicht weit über den Sklaven und haben selten irgendeine Bedeutung in einem Hauswesen. Niemals im öffentlichen Bereich, mit Ausnahme der Stämme natürlich, die von Königen beherrscht werden. Dort steigen sie nämlich sogar über Freigeborene und über Vornehme auf. Bei den übrigen ist die untergeordnete Stellung der Freigelassenen ein Beweis für politische Freiheit. Geld auszuleihen und Zinsen zu nehmen ist unbekannt. Deshalb ist man dagegen besser gefeit, als wenn es verboten wäre. Das Ackerland wird je nach der Zahl der Bauern von allen zusammen in Gebrauch genommen. Dann verteilen sie es untereinander der gesellschaftlichen Stellung entsprechend. Die weiträumigen Fluren machen das Teilen leicht. Die bestellten Äcker wechseln sie von Jahr zu Jahr und doch bleibt Ackerland übrig. Denn sie ringen nicht mühsam mit der Fruchtbarkeit des Bodens und den weiträumigen Flächen, so dass sie Obstgärten anlegten, Weidegründe abteilten und Gärtenbewässerten. Nur Getreide erlegen sie der Erde auf. Daher teilen sie auch das Jahr nicht in ebenso viele Abschnitte wie wir. Vom Winter, Frühling und Sommer wissen sie Begriff und Bezeichnungen. Vom Herbst jedoch kennt man den Namen ebenso wenig wie die Gaben. Bei den Leichenbegängnissen gibt es keinen Prunk. Nur darauf achtet man, dass die Leichen berühmter Männer mit bestimmten Holzarten verbrannt werden. Den Scheiterhaufen bedecken sie nicht hoch mit Teppichen und Räucherwerk. Einem jeden werden seine Waffen mitgegeben, bei manchen verbrennt man auch das Pferd. Als Grabmal dient ein Rasenhügel. Die Ehrung durch hochaufragende und kunstvolle Grabbauten lehnen sie als Last für die Verstorbenen ab. Zu jammern und zu weinen hören sie schnell auf. Betrübt und traurig zu sein, jedoch nur langsam. Die Frauen ehrt es zu trauern, die Männer zu gedenken. Das haben wir allgemein von Herkunft und Sitten aller Germanen in Erfahrung gebracht. Nun werde ich darstellen, worin sich die Einrichtungen und Gebräuche der einzelnen Stämme unterscheiden und welche Völker aus Germanien nach Gallien gewandert sind. Mächtiger seien ursprünglich die Gallier gewesen, berichtet ein vorzüglicher Gewerrsmann, der vergöttlichte Julius Cäsar. Und deshalb ist es glaubhaft, dass auch Gallier nach Germanien übersetzten. Welch geringes Hindernis stellte nämlich der Strom dafür dar, dass jedes Mal, wenn ein Stamm stark geworden war, er die Gebiete besetzte und mit den bisherigen vertauschte, die noch allgemein zugänglich und nicht die Machtbereiche von Königen aufgeteilt waren. Von all diesen Stämmen sind die tapfersten die Batawa. Sie bewohnen keinen großen Uferstreifen, sondern eine Insel im Rheinstrom, einst ein Volk der Katten und nach inneren Streitigkeiten in das Gebiet ausgewandert, in dem sie dann ein Teil des römischen Reiches werden sollten. Erhalten bleibt ihnen die Ehre und die Auszeichnung alter Bundesgenossenschaft. Denn weder demütigt man sie durch Tribute noch saugt sie ein Steuerpächter aus. Befreit von Abgaben und Leistungen und lediglich für den Einsatz in Gefechten bereitgehalten, werden sie gleichsam als Geschosse und Waffen für Kriege aufgespart. Im gleichen Abhängigkeitsverhältnis steht auch der Stamm der Mattiaka. Die Erhabenheit des römischen Volkes hat nämlich die Achtung vor seiner Herrschaft über den Rhein und damit über die alten Reichsgrenzen hinausgetragen. So leben sie, was das Siedlungsgebiet betrifft, auf ihrem Ufer, ihrer inneren Einstellung nach jedoch bei uns. Im Übrigen dem Batawan ähnlich, nur dass sie eben wegen der Beschaffenheit des Bodens und des Klimas einen noch leidenschaftlicheren Mut haben. Nicht unter Germaniens Völkerschaften zählen möchte ich, obwohl sie jenseits des Rheins und der Donau siedeln, die Leute, die Äcker bestellen. Gerade die unzuverlässigsten und durch die Not kühn gewordenen Gallier haben diesen Boden strittigen Eigentumsrechts besetzt. Seitdem dann ein Grenzwall gezogen und Wachtuppen nach vorne verlegt wurden, gelten sie als ein Zipfel des Reichs und als Teil der Provinz. Nördlich von ihnen beginnt das Siedlungsgebiet der Katten mit dem herkinischen Wald. Das Gelände ist nicht so flach und sumpfig wie das der übrigen Stämme, auf die sich Germanien erstreckt. Die Hügel ziehen sich ja hin und werden nur allmählich seltener und seine Katten begleitet der herkinische Wald von Anfang an und setzt sie auch wieder ab. Die Stammesangehörigen haben deshalb abgehärtetere Körper, straffe Gliedmaßen, einen drohenden Blick und eine größere geistige Regsamkeit. Für Germanen gehen sie mit viel Überlegung und großem Geschick vor. Sie übertragen das Kommando ausgewählten Leuten, hören auf Vorgesetzte, kennen geordnete militärische Verbände, nehmen günstige Gelegenheiten wahr, verschieben auch einmal einen Angriff, teilen den Tag ein, verschanzen sich bei Nacht, zählen Glück zu den Unwägbaren, Tapferkeit zu den sicheren Größen und setzen, was ganz selten vorkommt, und sonst du römischer militärischer Zucht vergönnt ist, mehr auf den Herrführer als auf das Heer. Ihre ganze Stärke liegt im Fußvolk, das sie außer mit Waffen auch mit Schandzeug aus Eisen und mit Proviant beladen. Die anderen kann man in eine Schlacht ziehen sehen, die Katten dagegen in den Krieg. Nur selten machen sie Streifzüge und lassen sich auf einen unvorhergesehenen Kampf ein. Eine Eigenheit berittener Kräfte ist es ja, schnell den Sieg zu erringen, schnell sich wieder zurück zu ziehen. Schnelligkeit grenzt an Furcht, zögern dagegen kommt Standhalten näher. Ein auch bei anderen Germanenstämmen geübter Brauch, der dort zwar selten ist und auf dem persönlichen Wagemut des Einzelnen beruht, hat sich bei den Katten allgemein durchgesetzt, nämlich, sobald sie erwachsen sind, Haupt- und Barthaar lang wachsen zu lassen und erst nach der Tötung eines Feindes, die der Tapferkeit geweihte und verpfändete Haartracht abzulegen. Über den Blut überströmten Beutewaffen machen sie ihre Stirn frei und erklären, sie hätten nun erst den Preis für ihr Dasein entrichtet und sich damit ihrer Heimat und Eltern würdig erwiesen. Feiglingen und Kriegscheuen bleibt das Wüste aussehen. Die Tapfersten tragen zusätzlich einen eisernen Fingerring, das gilt als Schande bei diesem Stamm, wie eine Fessel, bis sie sich durch die Tötung eines Feindes davon befreien. Sehr vielen Katten gefällt dieses Aussehen und sogar bis sie alt und grau werden, bleiben sie so gekennzeichnet, auffällig zugleich für die Feinde und für die eigenen Leute. In allen Kämpfen sind sie die Ersten, sie stehen immer in vorderster Front, ein unheimlicher Anblick, denn nicht einmal im Frieden zeigen sie eine gesittetere Lebensweise. Keiner besitzt Haus oder Acker oder kümmert sich sonst um etwas. Je nachdem, zu wem sie kommen, versorgt man sie entsprechend, Verschwender Fremden, verächter eigenen Guts, bis das blutleere Alter sie einem solch rauen Heldendasein nicht mehr gewachsen sein lässt. Als nächste nach den Katten siedeln die Usiper und Tengtere am Rhein, wo er schon in einem festen Bett fließt und deshalb eine Grenze zu bilden vermag. Die Tengtere zeichnen sich über die gewohnte Tüchtigkeit im Krieg hinaus durch ihre hervorragend ausgebildete Reiterei aus und bei den Katten genießt das Fußvolk einen so guten Ruf wie bei den Tengtere die Reiter. So haben es die Vorfahren eingerichtet, die Nachkommen umarm es nach. Darin besteht das Spiel der Kinder, darin wetteifern die jungen Leute, als alte Männer fahren sie damit fort. Zusammen mit dem Gesinde, dem Hauswesen und den Rechten der Nachfolge werden die Pferde vererbt. Diese bekommt ein Sohn und zwar nicht wie das Übrige der Älteste, sondern je nachdem, wer ein wilder und tüchtigerer Krieger ist. Neben den Tengterern konnte man einst die Buktera antreffen. Jetzt sollen die Kamava und Angrivaria dort eingewandert sein, nachdem die Buktera vertrieben und gänzlich ausgerottet worden waren durch verbündete Nachbarstämme aus Hass auf ihre Überheblichkeit oder aus einer bemerkenswerten Gunst der Götter uns gegenüber, denn diese haben uns nicht einmal das Schauspiel der Schlacht vorenthalten. Über 60.000 fielen nicht durch römische Waffen und Geschosse, sondern was doch großartiger ist und zur Ergötzung und Augenweide. Erhalten bleibe, so bitte ich und daure bei den Völkern fort, wenn schon nicht die Liebe zu uns, so doch gegenseitiger Hass, da nun einmal dem vorwärts drängenden Geschick des Reiches das Schicksal nichts noch Größeres gewähren kann, als schließen sich im Rücken die Dulgobina und Casuaria und andere nicht so gut bekannte Stämme an. Von vorne stoßen die Friesen an sie an. Diese werden nach ihrer Stärke als die großen und kleinen Friesen bezeichnet. Beide Stämmen werden bis zum Ozean hin vom Rhein umsäumt und wohnen zudem um sehr große Seen herum, die schon von römischen Flotten befahren Gerücht es gebe da immer noch Säulen des Herkules sei es dass Herkules dort war oder dass wir übereingekommen sind alles großartige in der Welt seinem Ruhm zuzuschreiben. Dem Drusus Germanicus fehlte es auch nicht an Wagemut sondern der Ozean verhinderte dass man über ihn und zugleich über Herkules Nachforschungen anstellte. Später versuchte es niemand mehr und es schien frömmer und ehrfürchtiger zu sein an die Taten der Götter zu glauben als von ihnen zu wissen. So weit kennen wir Germanien nach Westen nach Norden zu weicht das Land in einer gewaltigen Biegung zurück und an erster Stelle zieht sich sogleich der Stamm der Kauken obwohl er schon bei den Friesen beginnt und einen Teil der Küste besetzt hält an den Seiten all der Stämme entlang Diesen so unermesslich großen Raum halten die Kauken nicht nur im Besitz sondern füllen ihn auch aus und in den Germanen ein sehr angesehener Stamm der seine Größe lieber durch Gerechtigkeit geschützt wissen will ohne Habgier ohne Herrschsucht fordern sie in ihrer Ruhe und Abgeschiedenheit nicht zu Kriegen heraus und führen auch keine Raub und Plünderungs Züge durch Das ist der vorzüglichste Beweis für ihre Tüchtigkeit und Stärke dass sie ihre Überlegenheit nicht durch Gewalttaten behaupten dennoch stehen für alle Waffen bereit und wenn es die Umstände erfordern ein Heer und zwar sehr viele Männer und Pferde aber auch wenn sie Frieden halten genießen sie denselben guten Ruf an der Seite der Kauken und Katten siedelnd haben die Keruska da sie nicht herausgefordert wurden ein allzu tiefen und die ganze Zeit schlaff machenden Frieden genossen das war für sie mehr angenehm als sicher denn unter machtgierigen und starken ist es falsch sich ruhig zu halten wo es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommt kann sich nur der mächtigere auf Zurückhaltung und Rechtschaffenheit berufen so werden die einst gut und gerecht genannten Keruska jetzt als träge in den Sturz der Keruska wurden auch das Nachbarvolk der Fosa hineingezogen sie sind nun im Unglücks Schicksals Gefährten auf gleicher Stufe während sie in guten Zeiten benachteiligt waren an der gleichen Bucht Germaniens wohnen dem Ozean am nächsten die Kimbern jetzt ein kleiner Stamm aber von ungeheurem Ruhm von ihrem alten Ruf sind weithin Spuren erhalten an beiden Ufern des Rheins geräumige Lagerplätze an deren Umfang man noch heute die Masse und die Arbeitsleistung des Stammes ermessen und die Bestätigung für ihre gewaltige Wanderung erhalten kann jetzt ist über die Sweben zu sprechen von denen es nicht wie bei den Katten und Tengterern nur einen einzigen Stamm gibt sie bewohnen nämlich den größten Teil Germaniens und sind heute noch in verschiedene Stämme mit eigenen Kennzeichen des Volkes ist es das Haar auf die Seite zu kämmen und in einem Knoten aufzubinden bis ins hohe Alter hinein kämmen sie das struppige Haar hinten am Kopf nach oben und binden es mitten auf dem Scheitel fest die führenden Männer tragen es noch kunstvoller das ist bei ihnen Schönheits pflege aber sie ist harmlos nämlich nicht um zu lieben und geliebt zu werden sondern um größer zu erscheinen und Schrecken zu verbreiten putzen sie sich wenn sie in den Krieg ziehen heraus und schmücken sich für die Augen der Feinde als die ältesten und vornehmsten Sweben bezeichnen sich die Semnonen die Glaubwürdigkeit ihres hohen Alters wird durch einen religiösen Brauch bestätigt zu einem festgesetzten Zeitpunkt kommen in einem durch Wein der Väter und durch uralte fromme Scheu heiligen Hain Abordnungen aller Völker desselben Blutes zusammen schlachten im Namen der Versammlung einen Menschen und begehen so den schauderhaften Beginn ihres barbarischen Kults Dem Hain wird auch auf andere Weise fromme Verehrung erwiesen Man darf ihn nur in Fesseln betreten zum Zeichen der Unterlegenheit und der Achtung vor der Macht des göttlichen Wesens Wenn einer zufällig ausgleitet darf er sich nicht erheben und nicht aufstehen Auf dem Boden muss er sich hinaus wälzen Der ganze Aber Glaube geht darauf zurück dass hier der Ursprung des Stammes sei hier der alles beherrschende Gott wohne dem alles übrige unterworfen sei und gehorchen müsse Das Ansehen erhöht noch der Wohlstand der Semnonen in 100 Gauen wohnen sie und durch die Größe ihrer Gemeinschaft kommt es dass sie sich für den Hauptstamm des Weben halten Im Gegensatz dazu sind die Langobarden wegen ihrer geringen Zahl berühmt Obwohl sie von vielen sehr mächtigen Stämmen umgeben sind sind sie nicht durch Unterwürfigkeit sondern durch Kämpfe und Wagemut sicher Näher wohnt um wie kurz vorher dem Rhein so nun der Donau zu folgen der Stamm der Hermonduren den Römern treu ergeben und deshalb dürfen sie als einzige Germanen nicht nur am Ufer sondern tief im Landesinneren und im prachtvollen Hauptort der Provinz Räzien Handel treiben überall und ohne Wachen überschreiten sie die Grenze und während wir den übrigen Stämmen nur unsere Waffen und Kriegslager zeigen haben wir für sie unsere Häuser und Gutshöfe geöffnet da sie danach kein Verlangen haben im Gebiet der Hermonduren entspringt die Elbe ein einst berühmter und bekannter Fluss jetzt kennt man ihn nur mehr vom Hören sagen Hören zu Hören